Europa und seine Deals mit Diktatoren. Hauptsache die Grenzen sind dicht und das Rüstungsgeschäft läuft rund. Wie gefährlich ist der Kurs, den die EU da eingeschlagen hat? Über das und mehr werden wir jetzt sprechen mit unserem Gast Markus Bickel. Willkommen, schön, dass Sie heute bei uns sind. Sie haben lange als Reporter aus Krisengebieten berichtet, wie Beirut oder Bagdad. Sie waren Nahost-Korrespondent für die FATS in Kairo. Jetzt sind Sie Chefredakteur für das Journal von Amnesty International in Berlin. Und vor kurzem erst ist Ihr Buch erschienen, die Profiteure des Terrors, wie Deutschland arabische Diktaturen stärkt. Herr Bickel, wenn Sie die Filme auch gerade gesehen haben und am Ende wurde ja angesprochen, bisher war eigentlich eines der Hauptkriterien für das Handeln des Westens die Menschenrechte. Ist das jetzt Vergangenheit, wenn man sieht, was in der Flüchtlingspolitik geschieht und was bei Rüstungsdeals läuft? Die Menschenrechte stehen auf jeden Fall nicht mehr an erster Stelle. Das mag in der Vergangenheit auch nicht so gewesen sein. Aber die Filme haben ja gezeigt und die aktuelle Praxis von Frankreich, von Deutschland und von der EU zeigen auch, dass Profite von Rüstungsfirmen, aber auch von anderen Sicherheitsfirmen sehr, sehr viel wichtiger sind als Menschenrechte. Und ich glaube, dass eine Zäsur möglicherweise mit 9-11 begann, mit dem Krieg gegen den Terror. Und dass dieser Krieg gegen den Terror nun fortgeführt wird mit einem Krieg gegen Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Und dieser Krieg wird immer weiter in den Süden verlagert, nach Afrika. Den Preis zahlen die Menschen. Und die Kooperationspartner der EU sind Diktatoren. Das haben wir in den Filmen gesehen. Und das zeigt, Menschenrechte zählen sehr wenig, solange der Profit stimmt. Was ich umso bedenklicher finde, wenn man sieht, dass die Europäische Union noch vor wenigen Jahren den Friedensnobelpreis gewonnen hat. Für ihre Werte, für Demokratie, für Menschenrechte tritt sie diese Ideale eigentlich in ihrer aktuellen Politik mit Füßen. Und das, obwohl die Bevölkerung in Deutschland und Frankreich tatsächlich eigentlich nicht hinter diesem Kurs steht. Es gibt Umfragen. In Deutschland wollen 64 Prozent der Deutschen nicht, dass Waffenexporte in Drittländer geliefert werden. Und in Frankreich wollen 88 Prozent der Menschen nicht, dass es Exporte gibt an Länder, die es gegen ihre Zivilbevölkerung einsetzen könnten, diese Waffen. Also, wie gefährlich ist es tatsächlich für die Demokratie, wenn man an dem Willen des Volkes vorbei, aber mit seinem Geld dann doch Rüstungsdeals anschiebt? Das ist ein bedrohlicher Trend, weil Demokratie ausgehebelt wird. Diese Entscheidungen treffen ja sowohl in Frankreich wie in Deutschland nicht die Parlamente, sondern die Regierungen. Und die Rüstungsdeals sind in beiden Ländern immer stärker, gerade an die Staaten im Nahen Osten gerichtet. An Diktaturen, an autoritäre Staaten. Und da hat die Bevölkerung nichts mitzureden. Das heißt, es werden intransparente Entscheidungen getroffen. Und für jede Demokratie ist mangelnde Transparenz ein Angriff darauf. Und es gefährdet die Demokratie und es gefährdet die Sicherheit im Nahen Osten. Auch entgegen der Behauptungen von Merkel oder Macron, dass diese Kriege, dass diese Aufrüstung mehr Sicherheit schafft. Aufrüstung hat noch nie Sicherheit geschaffen und wird es auch in Zukunft nicht tun. Dann reden wir mal vom Nahen Osten. Sie haben es gerade angesprochen. Der Krieg im Jemen läuft weiter. Saudi-Arabien bombt dort tatsächlich die Zivilbevölkerung nieder. Das ist die Rede von einer der größten humanitären Katastrophen, die wir derzeit erleben. Die neue Große Koalition in Berlin hatte erst vor kurzem angekündigt, ganz klar, wir werden ab sofort keine Waffenexporte mehr an Länder liefern, solange die am Jemen-Krieg beteiligt sind. Wie sieht es denn jetzt, ein Vierteljahr später, konkret damit aus? Da zeigen kleine Anfragen der Oppositionsparteien, dass der Kurs nicht geändert wurde. Der Kurs geht weiter. Man erfährt ja immer erst zwei, drei Monate später, was tatsächlich weiter genehmigt wird durch den Bundessicherheitsrat. Wenn wir jetzt nach Berlin schauen, auf die Große Koalition, da ist keine Umkehr passiert. Saudi-Arabien bekommt weiter Rüstungsgüter. Auch Abu Dhabi, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Teil dieser Jemen-Koalition bekommen weiter Militärgüter. Der Kurswechsel hat nicht stattgefunden. Er hat deshalb nicht stattgefunden, weil die Rüstungsindustrie ihre Lobbyisten sich dagegen gestellt haben und im Parlament und in der Regierung genügend Bündnispartner haben, die sie schützen. Warum macht man sich denn dann überhaupt die Mühe, so etwas in einen Koalitionsvertrag hineinzuschreiben? Schauen wir uns die Sozialdemokraten an, den kleineren Koalitionspartner. Durch die SPD geht seit einem Jahrhundert eigentlich ein Riss zwischen Sozialdemokraten, die für Arbeitsplätze sind und Sozialdemokraten, die für den Frieden sind. Und im Koalitionsvertrag haben sich die Sozialdemokraten durchgesetzt, die eigentlich für den Frieden sind auf dem Papier. Aber am Ende siegen doch die, die sagen, Arbeitsplatzerhalt in der Rüstungsindustrie ist uns wichtiger. Gerade in Ostdeutschland, in Wolgast werden Patrouillenboote für Saudi-Arabien produziert. Da hat eine SPD-Ministerpräsidentin gesagt, Frieden hin oder her, das sind 300 Arbeitsplätze. Drum steht das im Koalitionsvertrag drin. Aber mit einer Ausnahmeklausel, auch die Formel heißt, glaube ich, genau, an Staaten, die unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Das ist ein Schlupfloch. Das ist dann genau. Dann ganz kurz, wir werden gleich nochmal auch über diese wirtschaftliche Komponente bei all dem sprechen. Aber zuerst mal zu Frankreich. Tatsache ist, dass Frankreich Deutschland inzwischen überholt hat und auf Platz drei der Waffenexporteure ist. Ein paar Zahlen mal dazu. Allein zwischen 2012 und 2016 sind die französischen Rüstungsverkäufe auf sieben Milliarden Euro angestiegen. Die haben sich verdoppelt. Die größten Abnehmer sind da Indien, Katar und auch Saudi-Arabien. Aber auch in Frankreich gibt es keinerlei kritische Debatte darüber. Wie erklären Sie sich das? Ich glaube, das liegt am Stellenwert der Rüstungsindustrie Frankreich, an der Armee, der großen Tradition der Armee, die auch gegen die Nazis gekämpft hat und einen Stellenwert hat, der ganz anders ist als der der Bundeswehr in Deutschland. Und es ist ein wichtigerer Arbeitgeber. Die Rüstungsindustrie schafft tatsächlich mehr Arbeitsplätze. Vier Prozent des Bruttoinlandsproduktes hängen in Frankreich davon ab. Und insofern wird dieses Arbeitsplatzargument, glaube ich, weitaus kritischer aufgenommen von der Bevölkerung. Und man sieht, dass neue Arbeitsplätze geschaffen wurden in den letzten Jahren. Aber braucht die Rüstungsindustrie tatsächlich diese Unterstützung von staatlicher Seite? Weil ihr geht es ja auch ansonsten eigentlich nicht schlecht. Also die eine Zahl, die wir von 2015 kennen, ist, dass die Rüstungsindustrie weltweit 370 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat und seither die Tendenz steigend ist. Ist die Frage nicht vor allem, werden Kriege nicht weiter geschürt statt vermieden, wenn sich damit derart viel Geld verdienen lässt? Wie groß ist die Gefahr tatsächlich? Die Rüstungsunternehmen sind kriegstreibende Unternehmen, Firmen, die natürlich ein Interesse haben, dass Konflikte weiter beschädigen. Und Statistiken zeigen ja auch, je mehr Akteure, je mehr Staaten in einem Krieg, wie zum Beispiel in Syrien, mitmischen, umso länger dauert er. 2012 gab es syrische Aufständische und das Regime. Heute ist Iran mit dabei, Frankreich mit dabei, die Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien durch Stellvertreterarmeen. Das sorgt dafür, dass Kriege länger dauern. Dagegen hat die Bevölkerung was, vor allem in den Ländern, die Rüstungsunternehmen nicht. Da ist kaltes Kalkül dahinter. Und wir haben gesehen, wie sehr das Outsourcing des Militärs auch Probleme schafft. Warum ist es so unmöglich zu sagen, dass die Armee holt sich sozusagen Kernkompetenzen wieder zurück, statt weiter Budgets runterzufahren? Warum kann man diese Strategie nicht ändern? Wenn wir uns die Filme anschauen, sieht man ja die Verzweiflung mancher Soldaten, die sagen, wir würden gerne, aber wir können nicht. Warum? Ist das wahr oder ist das tatsächlich einfach nur ein System, das inzwischen sich verselbstständigt hat? Ich glaube, es hat sich verselbstständigt und ist Teil dieses neoliberalen Trends, dass Staaten Souveränität aufgeben und Armeen, die ja ursprünglich die Verteidiger staatlicher Sicherheit waren, auch immer mehr in die Hände von Konzernen kommen. Aber dann müssen Staaten mehr sagen, das ist unser ureigenes Ding und darum kümmern wir uns. Und solange das von oben nicht passiert, sondern sich die Unternehmen durchsetzen, wird sich daran nichts ändern. Da müssen Druck von unten kommen auf die Regierungen, damit die zum Handeln gezwungen werden. Ein Blick zum Schluss noch tatsächlich auf eine große Entscheidung der letzten Wochen, der Ausstieg der USA aus dem Atomdeal mit Iran. Wenn man das jetzt vor dem Hintergrund dessen sieht, was wir gerade alles gesehen und besprochen haben, liefern wir dann nicht tatsächlich die Waffen für eine noch größere Aufrüstung im Nahen Osten, weil die Konfrontation vor Ort zwischen schiitischem Iran und sunnitischen Golfmonarchien einfach wächst und größer wird? Ja, sie wird weiter wachsen. Das Wettrüsten gab es die letzten Jahre schon. Es geht in die hunderte Milliarden, in die Billionen. Und diese Entscheidung ist ein riesiger Fehler. Da wurde endlich mal auf diplomatischem Wege in 10-, 12-, 15-jährigen Verhandlungen erreicht. Das ist jetzt überfällig geworden und wird zu neuem Wettrüsten führen. Und das wieder einzuhegen und zurückzuführen, wird wieder eine halbe Generation dauern, fürchtig. Und in der Zeit verdienen die USA ganz gut wahrscheinlich an diesem Wettrüsten vor Ort. Die US-Konzerne und europäische auch. Vielen Dank, Markus Bicke, für diese Einschätzung und dass Sie heute bei uns waren. Ja, und jetzt in ein Land, das bei den Krisen, von denen wir gerade gesprochen haben, immer wieder im Zentrum steht. Libyen. Bis 2011 stand es für Gaddafi. Seither steht es für Bürgerkriegschaos und Flüchtlingstramen. Westliche Journalisten trauen sich kaum noch dorthin. Ein Afghanistan am Mittelmeer. Gibt es noch Hoffnung auf einen Neuanfang? Darum wird es in der zweiten Hälfte unseres Abends gehen. Bis gleich also. Bleiben Sie dran. Gerät. Amen. Amen.